3, 4, 1, ich allein werde das erste Blut vergießen, Schwestern. Die Knoten führe eure Hand. Immer noch so intensiv, das Maro. Ich werde immer mal ziehen. Erst die Finsternis kommt gleich, sammelt euch langsamer beim Boss vorne in den Heilkreisen, wenn es geht. Oh ja, geklappt. Den Schuss abfangen, Schuss abfangen, Hämter, durch die Gruppe, durch die Gruppe. Eie, 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 Leute. Sechst, dass die Niederstrahlung ist, ne? Da sind alle Debugs. Da ist ein Fallkreis, wo ihr drin steht. Ja. Die Vergeltung wird euch treffen. 1, 2. Nächste, die um Armand kommt gleich. Warlieb reingelassen, hey bitte. Vorsicht bei der Kiebel. Äh, Kiebel. Warte, bitte. Ich treffe ich immer, mein Ziel. Wow. Hm. Ich treffe ich immer, mein Ziel. Ich treffe ich immer, ich treffe ich immer. Nächste Armand kommt in ca. 5. Das sammelt euch wieder in den Heilkreisen. Gut eingelassen, bitte. Heilkreis. Mein Mahl liegt auf euch. Auf den Vorbilder Zum Armand komm ich gleich wieder. Bambu durch deinen Boss. Lass uns ihn wieder stüchtern. Du kreisst wie er stüchst. Du hast doch auch schon was weg. Außer aus dem Eis am besten. Aus dem Damage. Das ist deine Kreise und ihre Fleischkosten. Bei der nächsten Umarmung zieht man selber bitte Gesundheitsschein. Phase 3. Jetzt kommt das Lunar Leuchtfeuer. Wenn ihr davon betroffen seid, dann müsst ihr die Pfütze an den Land rausbringen. Stehen bleiben. Ich krieg dann 3 Pfützen die ihr ablegt. Die euch silenzen. Also dann in Bewegung bleiben. Nicht effizient, aber effektiv. Meiner Salve entkommt ihr nicht. Ich bin ein Spottmacher. Ich bin ein Spottmacher. Ich bin ein Spottmacher. Tarlinszpreis für eurer Knesserei. Ein sauberer Schnitt. Hat denpreis für eure Knesserei. ob dieses Absorptionsschild nicht mehr jetzt in dieser Phase? Nein, glaub nicht mehr. Nee, kommt nicht mehr. Seht ihre Sprache! Nächste Lunar Leuchtfeuer. Und den Strahl abfangen. Nütz. Passt auf das Ding auf die Gläte auf den Haltrecht, welches sie gelassen hat. Ja, ich auch. Okay. Ich bin eher auf das Kalteste. Denken eure Debuffs. Die Flächen drehen sich jetzt langsamer. Die kommt so zumindest vor. Lunar Leuchtfeuer. Die Flächen drehen sich mit dem Wotstalltipp. Das ist ein Ding. Ja, fokussiert sind auf das G-Altive-Deal. Aber den Binkspielen, den Strahl spielen, den Strahl stellen. Go, 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 go! Mit Waffen. Den müssen wir schon spielen. Ja, schönes Ding! Nice! Na, na.